In Venedig hat ein Kreuzfahrtschiff ein kleineres Touristenboot gerammt. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Videoaufnahmen zeigen die Kollision. Einige Passagiere des kleineren Schiffes sollen aus Panik ins Wasser gesprungen sein. Berichten zufolge könnte ein Tau des Schleppers gerissen sein, der die MSC Opera in den Kanal zog. Das Kreuzfahrtschiff sei dann wegen der starken Strömung in das Touristenboot gekracht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017